gut das ist noch was die Sachen sind erst mal von der Mensch auf dem Fall ein Häuschen aufbauen dann können wir uns in die wilden Kubik Natur begeben ich weiß auch gar nicht welche Größe für das erste reich machen wir mal so machen wir mal eine hintere Wand na, also ist alles reine Schikane hier so und so dann unsere ersten eigenen vier Wände dann und hopp hopp und hopp hopp und hopp hopp ja, ist doch gut das ist immer ein ganz simples Haus ohne großartig verziertes Dach wird einfach so ein Strand Bungalow sollte ja für das erste reichen bevor wir uns unsere Zeug hier angesammelt haben na, komm so ach ja, im Bauern bin ich schon das Genie überhaupt gut und wir werden hungrig das ist gar nicht gut und vollkommene Dunkelheit da ist auch noch eins da ist auch noch eins so, dann bauen wir jetzt einfach mal eins, zwei, drei eins, zwei, drei eins, zwei, ach, dann machen wir eine doppeltür rein das wird ja alles noch ganz groß und prachtvoll jetzt mal eine Türkraft und zack und eine Tür und noch eine Tür wunderbar so so muss man antworten was ist denn die Grundausrüstung also jetzt brauchen wir natürlich erstmal gut, machen wir uns noch eine Holzaxt dann zwei Spitzhacken und zwei Schaufeln und was noch wichtig ist das Schwerter Errungenschaft erzielt wieviel ähm wie komm ich da nochmal drauf ich weiß ich gar nicht mehr so rissen wir uns mit dem Holzschwert aus dann bilden wir jetzt erstmal unsere Top 4 sprich Holzschwert Holzhackel das haben wir schon da gehabt und die Holzachst Holzschaufel alle Sachen einmal abgedeckt und nun denn betreiben wir jetzt erstmal Nahrungsbeschaffung Tittenfische können wir komischerweise nicht essen Nahrungsbeschaffung machen wir mit dem Schwert mit dem Holzschwert durch den Wald laufen ach ich erinnere mich gerade an meine Kindheit haben wir das früher auch gemacht haben wir uns einfach oh 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 aber wenn mir das jetzt nicht mal gut in Kram passt das ist doch ähm ha 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 gibt's vielleicht wieder keinen sicheren Weg runter jau geh ich gleich kaputt die halten aber auch nix aus naja so mehr steinen so mehr steinen äh mach mal den steinen ach so weg ähm nimm 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 hm 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 ich höre das Kraulen was willst du was willst du meinst du dir Terzen machen zu können oder ... jaaaa Ah, ist klar. Ach ne, soweit ich weiß können wir uns gar nicht. Ja komm, trau dich raus. Ja, Monsterjäger reicht so. Wunderbar, ähm, fällt mir ja gerade ein, wir können glaube ich gar nicht mit Holzspitz... ähm, äh, ähl-l-l-l-l-l-l-l, ja genau, wir können gar nicht mit Holzspitzarten Eisen abbauen. Das funktioniert gar nicht. Das heeist... Wir müssen erstmal zu diesem Strandhaus gehen. Die Frage ist nur, von wo sind wir gekommen? Ah, von da. Ach, Essen bräuchten wir auch noch. Bevor wir hier verhungern, müsste ich leider erstmal ein paar Schweine. Hallo Schweinschlöden, wo seid ihr? Ich glaub Rinder geben auch Fleisch, das seh ich hier grad nicht. Es wird wieder Nacht. Ach, streifen wir jetzt erstmal durch die Nacht. Und hoffen, dass wir sie überleben. Wie ist das? Das ist ne Blube. Brauche ein Tier. Ein Schaf, zwei Schaf, drei Schaf, fünf Schaf, sechs Schaf, sieben Schaf. Ich brauche ein Schwein. Ein Schaf. Pilze. 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 Oh, vielleicht keine Ahnung, ob ich mir die zubereitet hab ich noch nie gemacht. So essen kann man hier auch nicht. Nimm, 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 nimm. Wieder ein Tintenfisch. Hab auch keine Seide, sonst würde ich angeln. Was? Na? Nein, ich will keine Versicherung kaufen. Es ist wie so ein Tintenfisch. Das sind das Tintenfisch. Das ist echt eine Tintenfischung. Der hat ganz Tintenfischung. Nimm, 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 nimm. Dremos, nimm, 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 nimm. Ah, nein, 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 gleich zwei, was soll das denn, aua, na geht weg, geht weg, ich will nicht in die Luft fliegen, aua, aber soweit ich weiß, geht das nur bis drei Herzen runter, also wir müssen da nur gucken, das war, nicht sterben, so, müssen wir schlafen gehen, morgens aufwachen und verhungert sein, drei Stücke, das ist doch, was verdienen die auch, wenn wir, schade, schade drum, so, creepy, 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 so, so, dass es jetzt ewig dauert, den, das Goethe, das geht ja auch noch, so, okay, fünf Herzen verbleiben, das ist doch schon mal, alles gut, schlecht, dann, jetzt einfach mal mit der Hacke, wunderbar, so, hier müssen wir hoffen, dass uns keiner davon im Wald begegnet, jetzt müssen wir das Holzschwert rausholen, und wir müssen jetzt Futter beschaffen, Futter beschaffen, Futter beschaffen, das ist doch einfach, wir hoffen, dass unsere Äpfel runterfallen, aber, schaut schlecht aus, so, wird für Nahrungsarten, kennen wir, dann können, Fische fangen, dafür bräuchten wir eine Spille, dann, ja, gut, Schweine, kriegt man ja, das ist ja nur Schafe, und, er ist ja auch fesch, ey, nebenan direkt im Dschungel, also, wir haben alles in der Nähe, jetzt fehlt uns so noch die Wüste, und dann sind wir glücklich, Schweinchen, 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 ja komm, Schweinchen, 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 Schaf, Rolle, XP, Schaf, Schaf, Dunkel, hier Kohle drinnen wäre, dann wäre das echt cool, Kohle, Alter, feilter, Krass, der Scheiß, so, hauen wir mal, dass gleich nichts, uns das Rohr wegbeärmst, und besorgen uns mal unsere erste Kohle, weil mit Kohle fängt alles eigentlich an, ohne Kohle bist du hier verloren, Leben ohne Kohle bei Minecraft, das geht nicht, jedenfalls nicht für mich.